hallo und ein wunderschönes wochenende wünsche ich euch allen ich habe ja eine runde hunt showdown quick game für euch zusammen geschnitten ich hoffe es gefällt euch wenn es euch gefällt würde ich mich riesig über einen daumen nach oben freuen sollte euch irgendwas auffallen irgendwelche anregungen schreibt es mir bitte in die kommentare denn ich bin auch ganz frisch dabei sollte euch das video gefallen dann schaut doch auch einfach mal in meine anderen videos hinein ich habe da ein paar playlists zusammengestellt mit hunt showdown GTA 5 und so weiter und so fort schaut es einfach mal an lasst ein like da bei jedem video was euch gefällt und haut abo und die glocke rein damit ihr kein video mehr verpasst und jetzt wünsche ich euch viel spaß mit dem video und und Vielen Dank. 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 Vielen Dank.